ARD Text im Auftrag von Funk 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 finally sezuring what the fuck is going on here how much do you want what have you been doing I am a doctor I help people what have you been doing here it's easy for you listen I know people they will kill you I can help you trust me please please what have you been doing I have a lot of money look look lots of money I do we port them research please oh oh do 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 Por favor, don't kill me! Nein, nein! Por favor! I'm here, Totoo! Für alles, was Serrano mir gewohnt hat, hat er genug bezahlt. Für heute hatte ich größere Geld, um ihn zu kenne. Ich kann mich nicht vorstellen, was Demo-Lisau bedeutet. Das Gebäude wurde in mehreren Fällen als einer. Sie hatten einen arschlichen Arschel in hier. Es war Zeit, diesen kleinen Hörschuh zu den Boden bringen. Deshalb habe ich ein paar von C4 gemacht. Hm. das ist doch ein waffenlager ist dann sind doch bestimmt auch auf waffen drin du kannst nichts sehen, aber du kannst den effekt wenn ich über das zu viel gedacht habe, dann habe ich es nicht getan Ich habe ein paar dunkle Scheiße gesehen in meinem Zeitpunkt, aber das war etwas anderes. Diese Vermin haben in ein Ort, wo das Leben günstig war und gefunden haben, einen Weg zu erreichern zu werden. Ich wollte nur das Schluss enden und weit weg von hier zu kommen. Aber dann, durch die Form, kommen mehr von den Raten aus ihrer Höhlen. Sehr schön. Tja, schon schlecht, ne? Zumindest waren meine Besucher so nett genug, die Garten zu öffnen. Ach, sehr schön. Das waren 50 Kaliber und die Debs noch, ey. Das kriegt schon einen Schaden an, ne? So, jetzt. Das mache ich in dem deinem Leben. Mach mal los. Cool. Wieder einmal nichts gesehen, wo die herkommen. Nun. Du. 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 Fotzen! Ich hätte es jetzt tun können. Das macht schon Spaß. Jetzt bin ich für jeden Fotzen, wo wir wahrscheinlich jetzt am Pfalz hängen bleiben. Ah, ist kein Problem. Mit dem EMG geht das vielleicht. Wenn wir so die Dinger gibt, die schon mal Munition holen. Die Möglichkeit das zu tun. Das war das letzte von den Explosionen. Ich hoffe, dass es genug ist, um den Boden zu bringen. Und das alles Böden zu Ende. Wer will das Böden nehmen? 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 Ich habe nichts zu verlieren. Das geht's! Herr Neves! Was ist dein Problem, Mann? Mein Problem? Mein Problem? Mein Problem? Wollt ihr wissen, was mein Problem ist? Du wirst die Menschen in Glu. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Was ich eigentlich an das Böden machen? Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Dad, du bist ein hirvender Amerikaner. Zumindest habe ich versucht. Gut gemacht mit deinem Versuch. Die ganze Stadt ist großartig. Der großartige Amerikaner der Welt. Das stimmt. Du denkst, dass du einen Unterschied gemacht hast? Du denkst, dass diese Veranstaltungs-Business-Venturer hilft jemandem? Legitimid? Du steilst die Organs der Menschen! Wir bezahlen für alles. Wir haben die Rekord. Oh, also? Die Leute können ihre Leber, ihre Herz, ihre Augen. Du bist verrückt, du scheiße! Wir bekommen die Leute sicher in der Stadt. Die Leute sicher. Sicher. Ich weiß viele Leute. Die Leute können dir aus dem Weg helfen. Wow, 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 wow. Erlaubt, machen wir mal Echsen hier. Erstmal ein bisschen aufladen lassen. Hey,ăăăăăăă! Maia! Wir sind in der Schule! ICHNOTE! Der kam weg, das ist mir zu gefährlich. Ja, fu**! Der hat aber voll in die Achse geschossen. Ich habe gar keine afteiode aufgetragen. WU! Uuuuuh Ja, wir haben das alle. alles klar, kein 4-Rook'n ich hab' der Handicapten, dem macht das nix aus fuck manjo ja toll das hab ich wieder mit dem scheiß anfang das ist gut das ist gut ja du bist auf die Fresse gefallen, ich nicht warum wohl das ist gut das ist gut das ist gut können wir ja erzählen, dass hier keine Leute sind das ist ja schon das Terrarium ist ja schon dafür ausgebaut sag ich doch wir werden da auf dem Dach während des Beben ein Kopftreffer, schön Alter Max, du bist so dumm Max, du bist so dumm GALARIO oh am wenigstens hat er da gesaved Alter, der rotzt und so weg, wie wir es brauchen abflug 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 ich habe dir gesagt, dass die Stadt gefährlich war, Franz ich mag es es hat mich gewohnt ha ha Schön, dass du dich glücklichst hast. Was ist das denn hier? Ich bin zurück. Ich kann das sehen. Aber warum? Um dich zu retten? Oh ja, ein echtes Hörer. Schöne, komm mit mir, Max. Zu Brasilien. Ich hätte eine Chance, den Fallschirm zu spielen und zu einem Plot, der mein Bruder hat mein Bruder. Um zu profitieren, von der Verkaufung der menschlichen Organe. Ja, das wäre perfekt für dich. Was sagst du? Ich weiß nichts über die menschlichen Organe, Mann. Victor und Marcelo haben versucht, Rodrigo eine Lehre zu lernen. Geh in, loszern die Bruder und die Familie Geld. Sie haben mich pressiert, um es zu tun. Willst du sterben? Ich komme zurück für dich. Ich habe mein Bestes gemacht. Ich habe ein Kind, Max. Ich muss gehen. F*** dich! Klar, später. Jetzt, los geht's! Oh! Der Schalter verhängt immer noch dran. Der Schalter verhängt immer noch dran. Richtig gut. Ich habe... Ich habe... Ich habe dir alles. Ich habe dir alles. Nein, du bist nicht. Ich bin sorry, dass ich deine Freundin nicht schützen konnte. Ich war da. Es war nicht deine Worte. Ich wurde bezahlt, um sie zu schützen, aber ich habe nicht. Sie verhängt sich in eine Sickfamilie. Vielleicht. Ich habe... Ich habe... Ich wollte nur sagen, danke dir. Für uns eine Chance zu leben. Ich meine, als Familie. Ich hoffe, es funktioniert für dich. Für alle von dir. Danke. Nicht zu lange. Okay, buddy, das ist alles. Where are you guys gonna go? Ich weiß nicht, vielleicht zurück in New York. Wir sind in Argentinien. Giovanna hat Familie in Salvador. Vielleicht bleiben wir da. Ja, ich habe ein Geschäft, um sie zu machen. Ich bin sorry, ich versuchte dich in das. Ich weiß... Ich weiß, dass es sehr falsch ist. Okay, es ist fertig. Und hey, ich habe mir immer noch Spaß. Vielleicht ist das so, was es muss sein. Ich glaube, dass ich in der Sonne sterbe und in der Schnee sterbe. Ich bin sorry, dass ich weggehe. Ich habe ein Kind kommen. Du weißt, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Du weißt, ich... Ich habe fast nicht gesagt, dass ich dir lieb. Ich sagte mir zu mir, vielleicht dieser Mann, vielleicht wird mir ein Blut. Vielleicht wird ich. Aber nicht jetzt. Danke. Ich versuchte dich nach dir, Max. Ja? Leben ist wert, dass ich leben. Wenn du so sagst, Freund. Ich dachte, dass ich einen anderen Verlangen werde. Nein. Nicht er. Du bist bereit? Ich denke. Okay. Ich habe, ähm, diese Informationen, die du hast. Es ist nicht sehr schön. Was ist das? Es ist die Jufe. Der berühmte Mr. Becker. Freund von Victor Bronco. Ja. Ja. Und ein Beitrag für seine Kampagne. Ein Einwander der Regierung, natürlich. Und? Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Das war kein Mann. Ein Wettbewerb. Ja. Also, du gehst ihn runter? Ja. Weil ich will meine Frau, meine Kinder und meine Kinder und dann sterben. Das alles, nachdem er zu sehen. Ich bin ein Wettbewerb. Sag mir, was muss man gemacht werden. Na, was muss ich tun? Na, dass ich nichts tun kann. Na, dass ich nicht tun kann. Und, dass ich nicht tun kann? Na, dass wir nicht tun können? Na, dass wir immer versuchen etwas etwas mehr kreatives sind. Kreative? Na, dass wir immer versuchen etwas mehr kreatives. Kreatives? Da Silva hat mir eine 10 Uhr verabschiede. Ich musste sicher, dass ich auf den Platz und bereit war, mit meiner Becker. Diga, Becker! Wer kommt mit ihm? Ah! Ah! Hey! Also, hier! Da sind wir. Soll es. Dann ist dein Mann, wer ist der Mann? Ich mache deine concerning athe, Mann. Er ist der Mann! Wö potencial! Er war而已! Er ist der Mann! Sie hat keinen Held. Wer ist der Mann! Der Mann! Wir müssen diese Mann! Wer keine Khmer davon haben? Ich sage mich! De! Mö? Er ist der Mann! Er ist der Mann. Oh, oh, oh! Segura a porta, hein?